Ja, hallo zu einer neuen Folge unserer Swift-Einführung. Heute geht es um Zeichenkette. Ich lege mal eine Zeichenkette an. Ort gleich Berlin. So, und danach gebe ich einfach hier im Playground noch mal Ort so an und lasse mir das ausgeben und hier sehe ich ja gleich den Inhalt im Playground. Wenn ihr vielleicht noch mal wissen wollt, wie ihr den Playground startet und was der Playground ist, dann klickt vielleicht einfach noch mal hier den Link. Da kommt er zu einer Folge, in der der Playground noch mal beschrieben wird. Dann, bevor man jetzt so richtig loslegen, möchte ich hier auch gleich noch mal eine Stolperfalle zeigen, auf die ich auch schon öfters und dann reingefallen bin. Und zwar müsst ihr in Swift aufpassen, wenn ihr hier kein Space reinschreibt, dann ist das ein Fehler, dann sieht er das irgendwie als, ja, als reserviertes Zeichen an. Das ist gleich, dass wir hier was zusammengesetzt hätten, ein zusammengesetzter Operator. Ihr könnt es verhindern, indem das er beide Spaces weglässt oder besser noch einfach davor und hinterm ist gleich bei einer Zuweisung ein Leerzeichen einbaut. Okay, dann, klar, Swift ist typisiert. Also, Swift baut automatisch schon das hier ein, was ich hier nur mal explizit geschrieben habe. Eine Typ-Annotation, das Ort vom Typ String, Zeichenkette ist. Das müssen wir nicht unbedingt angeben. Wir können das weglassen. Swift kann einfach drauf schließen, aufgrund dieses Wertes hier, dass dann diese Konstante auch vom Typ Zeichenkette ist. So, jetzt machen wir mal eine weitere Zeichenkette und sagen, wir nehmen den Ort oder String-Literal Hallo plus Ort plus Ausrufezeichen. Das geht auch in Swift, dass ich hier einfach Zeichenketten miteinander kombinieren kann. Wir sehen es hier. Aber das geht noch eine Spur eleganter. Wir können in diese Zeichenkette hier so einen Platzhalter einfügen, backslash, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und können jetzt hier einen Ausdruck platzieren, den er direkt hier ausrechnet. Wir sehen 5 plus 5 ist 10 und noch ein einfacherer Ausdruck wäre zum Beispiel die Variable Ort und schon sieht die Zeichenkette hier wesentlich einfacher aus. Ich setze jetzt hier einfach den Ort rein und da erspare ich mir das mit, ja, Hochkomma auf oder Gänsefüßchen zu plus Gänsefüßchen auf und so weiter. Das Ganze wird hier um einiges einfacher. Jetzt möchte ich mal weiter die Zeichenketten analysieren und vielleicht mal hier mit einer Vorschleife über die Zeichen der Nachricht iterieren und hier gebe ich jetzt mal dieses Zeichen aus und starte, damit ich sehe, was dieses Programm macht, über View Assistant Editor, den Assistant Editor hier rechts. Da läuft er schon mit. und er gibt mir jetzt die einzelnen Zeichen aus, die in dieser Zeichenkette standen, also hier Hallo oder Hallo Berlin und wir sehen, wir können hier ganz einfach, so eine tolle Sache, auf die einzelnen Zeichen der Zeichenkette zugreifen, so wie wenn das eine Aufzählung wäre. Ja, eine schöne Sache ist auch die Unterstützung für Unicode Zeichensätze im Swift. Ich lege mal hier eine Variable an Story und erzähle mal eine kleine Geschichte. Da kommt einer mit dem Auto. Ja, die Ampel ist rot und ich füge hier mit Control, Apfel und Space einfach Sonderzeichen ein. So. Und meine Geschichte ist fertig und die hat er jetzt nicht so abgespeichert. Ich kann da drauf zugreifen und er müsste mal hier die Story ausgeben. So, was gibt es zu Zeichenketten noch, was wir an der Stelle wissen sollten? Die ganz wichtige Sache, die oft vorkommt, ist ein Zeichenkettenvergleich. Also, ich mache jetzt zum Vergleichen nochmal eine Zeichenkette. Die schreibe ich jetzt ebenfalls Berlin und jetzt will ich wissen, ob der Ort gleich dem Standort ist und wenn das der Fall ist. So. Und da sehe ich gleich eine Sache, die ist, ja, der Sicherheitsgurt von Swift. Er sagt, da bin ich nicht einverstanden, weil ich habe jetzt hier einen Fehler eingebaut. Ich hätte jetzt Standort, Ort zugewiesen und in der Sprache wiesen, ja, war Skript, hätte das funktioniert. Und er hat einfach geguckt, ob da was drin ist in der Zeichenkette und je nachdem hätte er den if ausgeführt, den if-Block. In Swift brauchen wir aber hier unbedingt einen Wahrheitswert und dafür brauchen wir den is-gleich-is-gleich-Operator, der jetzt überprüft, ob Ort gleich Standort ist. Und der funktioniert auch so. Wir brauchen nicht, wie in Java, einen Punkt Equals oder sowas zu machen, sondern wir können ganz einfach Ort gleich gleich Standort hier machen. Und wenn das der Fall ist, dann sagen wir, okay, dann soll er ausgeben, ich bin da. Jetzt gucken wir mal, ob das hinhaut. Da kommt da, da ist er reingegangen. Ja, am Ende des Videos nochmal ganz kurz das Wichtigste, was ihr euch merken solltet. Also Stringliterale werde in Swift in Gänsefüßchen eingeschlossen und ihr könnt komplexe Zeichenketten über diese Stringinterpolation zusammenbauen, wobei ihr da nicht angewiesen seid, dass ihr nur ein so ein Ausdruck reinsetzt. Ihr könnt beliebig viele Ausdrucke reinsetzen und die können auch komplex sein, also das muss nicht nur eine Variable sein. Ja, und dann merkt euch diese Sache hier noch mit dem Vergleich, dass ihr in Swift einfach, ja, Zeichenketten vergleichen könnt. Also hier entweder Variablen oder hier könnten wir auch direkt Berlin reinschreiben können. Das können wir einfach so machen. Also wir müssen da keine Klimmzüge machen, dass er da wirklich die Gleichheit hinkriegt. Und wir nehmen in Swift einfach istgleich, istgleich und müssen uns sonst kein Kopf drum machen, also kein Punkt Equals, wie beispielsweise in Java. Ja, das war es für heute. Dankeschön für das Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.